Ja, grüß Gott, meine Lieben, es geht los. Drei Minuten später eigentlich als gedacht. Aber ich bin am Start mit meiner lieben Ice White. Ja, grüß Gott, meine Lieben, es geht los. Genau, ich bin am Start mit Ice White Level 10 Meuchelschurkin. Das wollte ich euch hier mal vorstellen heute. Und ich verschiebe mal eben hier so ein bisschen mein Ding. Sie mussten gerade noch mal eben kurz was gucken, ob hier alle Tutti ist. Ja, ja, da läuft alles, da läuft alles, da läuft alles. Okay, den Chat sehe ich auch sehr gut. Jo, und wir gucken uns heute mal hier ein bisschen an. Ich habe Ice White letzte Tage oder heute irgendwie ein bisschen gelevelt. Und wollte jetzt einfach mal hier so ein bisschen gechillt zocken mit euch. Um mal zu gucken. Ich habe nämlich noch nie wirklich, noch nie wirklich einen Schurken gespielt. Ich habe alles gespielt von vorwiegend Jäger die meiste Zeit, Krieger, Paladin. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch aus meinem Let's Play mit dem Zwiebelpeter und mit dem Nico. Und jetzt auf jeden Fall hier die kleine Ice White. Und wo müssen wir denn jetzt hin? Ich gucke mal gerade. Wir müssen nach da ganz hinten und wir müssen... Warte mal, ich hatte doch noch eine andere Quest, ne? Genau, hier meldet euch bei Großexekutor Mortus in der Kommandozentrale der Verlassenen im Silberwald. Und was noch? Einmal da hinten rum. Nach Unterstadt brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Was habe ich noch für Quests? Dunkelmond, Jahrmarkt ist... Da können wir nachher auch nochmal hin. Auf das Befehl, auf Befehl des Kriegshäuptlings. Aber wir gehen erstmal nach Osten. Das wird allerdings eine kleine Wanderung werden. Ja, komm mal, das machen wir mal eben. Wir wandern da mal eben rüber. Gloobie, hello, my friend, hello. Ich bin ja gerade an den Start gekommen. Ich muss mal eben da hinten hinwalken. Kannst du was? Spartanioi. Nein, ich möchte nicht Auto sellen. Ich möchte ganz gerne... Noch gar nichts Auto sellen. Wir wandern jetzt erstmal eben rüber. Ich bin ja erst 10. Ja, das heißt, ich kann noch nicht wirklich viel tun. Ach, was ist das denn für ein süßer Smiley? Der ist ja süß. Ja, Ice White ist halt noch sehr klein. Sie ist erst 10. Wie ihr seht, sie hat etwas faulige Mundwinkel. Ich glaube, sie hat was Falsches gegessen. Und ist meuchelt Schurkin. Und es macht total Spaß, sie zu spielen. Hello again. Hello again. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ich kenne dieses Lied so... Ah, da war ich... Ey, als das rauskam, glaube ich, das war ja Anfang, Mitte der 80er oder was. Da war ich 8 oder so. Boah. Mein Vater hat da drauf und runter gehört. Der fand da total geil. Das ist so ein richtiger Schinken, ne? So einen richtigen Schinken ist das. Hello again. Von... Ähm... Ja, wie hieß der Knilch noch? Hilf mir mal auf, sprünge, Nico. Nicht Richard Kleidermann. Ey, das war ja auch so ein Knilch, ne? Richard Kleidermann. Der Klavierspieler. Ähm... Hello again. Wie war das denn nochmal? Wer war das nochmal? Oh, der ist doch... Der war doch... Der war doch so krank und ist jetzt wieder am Start, der Typ. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall freue ich mich echt wie ein Schnitzel, hier mal wieder mit WoW und jetzt live im Stream am Start zu sein. Finde ich total geil. Ich hoffe, der Stream ist für euch auch cool und gut. Howard Karpfenteil. Genau. Howard Carpendale. Howard Carpendale. Genau. Und der war so krank und der ist jetzt wieder am Start. Ist jetzt auch ein bisschen pummeliger, der Junge. Aber er ist wieder am Start. Ich weiß gar nicht genau, was der hatte. Hatte der nicht Krebs oder sowas? Der war richtig heftig krank, der Typ. Und hat aber jetzt... Ist jetzt wieder... Wieder dick im Geschäft. Und Hello Again ist halt so sein super zeitlos... Äh... Warte. Verfolge ich mich? Alter, Zache, ey. Kommst du her? Äh... So ein super zeitlos Lied, ne? Hello Again, finde ich. Und das kennt auch irgendwie jeder. So, wen muss ich denn da anquatschen? Osten. Stets nach Osten. Meldet euch bei Hochexekutor Darrington im Bollwerk. Am Bollwerk. So. Nicht im Bollwerk. Bei der Bumpf. Äh, wo ist der gut? Ach so, ich kann mal hier hinten gleich wegfliegen. Warum brauche ich nicht wieder... Ach, gucke mal. Ich kann hier auch noch was tun. Was ist? Ähm, halt, nein. Ich möchte das nicht automatisch machen. Ich möchte... Oh. Bevor ich vor den Pfosten gerannt. Hoffentlich ist das wichtig. Habt ihr die verseuchten Braunbären gesehen? Die westlich von hier herumstreuen? Diese Bälge so entsetzlich so krank so. Perfekt. Bringt mir fünf davon. Mama. Kann ich hier noch eben schnell was vertickern? Oh, ich muss noch Berufe lernen. Fällt mir mal gerade auf. Aber ich glaube, das mag... Was ist das? Ach so. Oh, mein Gott. 55 Work Breitklinge. Ich hab gerade SS Work Breitklinge gelesen. Sorry dafür. Ich hab schon einer... Ei, 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 ei. Ja, die Dinge hab ich gelesen. Und hier Haustiere. Diesen Verschollener von Lordaeron und die Ratte, die hab ich schon. Aber die Schalachotazelot getötete. Da können wir hier mal wieder richtig, richtig auf die Fresse geben. Wie kommst du denn überhaupt auf den Trichter jetzt wieder wow zu streamen? Ja, wie komm ich da auf den Trichter? Das war mein, ähm... Bei Montagabend-Trichter. Hatte ich Bock drauf. Hatte ich einfach mal Bock drauf. Ich hab die, äh... Die Dings hier angefangen. Die kleine... Die kleine Maus hier. Und, ähm... Hab mir gedacht, ja, kannst du doch eigentlich mal wow streamen. Brauche eh wieder neue Folgen für meinen, ähm... Für meinen Kanal. Weil ich in der letzten Zeit zu überhaupt nichts mehr gekommen bin. So wirklich. Und hab mir gedacht, komm mal. Ja, du nimmst jetzt mal eine Schurkin, weil Schurkin hab ich noch nie wirklich gespielt. Und, ähm, hab die gestern Abend mal angefangen und hatte richtig Spaß dran. Muss ich sagen. Ich nehm jetzt einfach mal alles mit, was mir hier so über den Weg läuft. Ja. Und wir gehen nachher auch noch Dungeons, wenn wir groß genug sind. Ich guck mal, wie ich hier vorankomme. Ich muss zwar morgen um halb acht aufstehen, aber... Ähm... So bis um zwölfe... Habe ich auf jeden Fall Zeit. Sollte. Ähm... Genau. Und hab mir gedacht, ja, dann mach ich jetzt einfach mal hier, ne? So. Mahlzeit. Oh, Mahlzeit! Tachzos! Nö, schön, dass du da bist. Super cool. Das freut mich, das freut mich. Oh, was hab ich denn da gekriegt? Ne Wumme, mit der ich nix tun kann, ne? Was ist das? Klickt auf diese Schaltfläche, um eure Taschen aufzuräumen. Ich will nicht meine Taschen aufräumen. Geh weg. Ich will nur gucken, was ich da gekriegt hab. Ach, fuck, ich muss Becknong noch einrichten. Hab ich die Bärchen schon alle? Ne, ne? Aber hier hinten kommen ja auch noch welche. Ähm... Ach, die sind da. Ja, komm mal, dann mach ich die Bären am Rückweg. Da kommen mir ja wahrscheinlich noch ein paar über den Weg. Wie war denn euer Montag? Musstet ihr heute arbeiten, oder was? Ich hatte heute frei. Zum Glück. Ich hatte gestern frei, heute frei. Musste aber dafür Samstag arbeiten. Und das war so... Boah, alter Schwede, ne? Samstag war die Hölle los. Man merkt, das wird Weihnachten. Das ist echt ü... üpel. Richtig üpel. Mal wieder ein bisschen Wow schauen. Ist schon Jahre her. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Das freut mich echt total. Äh, ich glaub, ich muss hier den Berg hoch, ne? Komme ich da überhaupt hoch? WoW? Ich hab WoW jetzt auch schon seit 500 Milliarden Jahren nicht mehr gestreamt. Das letzte Mal, wo ich gestreamt habe, war mit einem Zwiebelpeter. Oh, guck mal, da kommt ja noch ein Mädel. Hallo? Noch jemand ohne Fahrschein? Jo. Äh, das letzte Mal, wo ich gestreamt habe, da war mit einem Zwiebelpeter. Da war der Nico noch gar nicht mit dabei. Da haben wir nämlich als erstes... ähm... gestreamt. Da hatten wir überhaupt noch nicht, ähm, auf... auf YouTube unseren Kanal so am Stehen, sondern wir... Oh, hier brennt einer. Hallo? Schönes Feuer. Warte, ich muss mal eben gucken, bevor der Nico wieder mit mir meckert. Ähm... Ordensmitglied? Also, Bälle brauche ich noch fünf. Fünf? Da hinten ist noch ein Balk. Oh, guck mal. Die sind ja auch hier. Ja, genau. Ah, hier mein Frau... Oh, wow. Ey, die haut ganz schön rein, ne? Der Meuchelschurkin ist gar nicht mal so übel. Finde ich geil. Bam, Baby. Da haben wir noch ein Balk. Drei von fünf. Ja, auch wie gesagt, erstes Mal, dass ich Schurke spiele, so wirklich. Macht aber Spatz. Macht echt Spatz. Und, äh, Ice White habe ich irgendwann mal vor, keine Ahnung, vor ein paar Wochen erstellt. Hab die dann aber erst mal liegen lassen, weil ich mir schon so in weiser Voraussicht gedacht habe, du wirst irgendwann mal einen Schurken spielen wollen, wollte ich schon lange machen. Und, ja, hab mir die dann gestern Abend mal rausgekramt, die Gute. Bam! Na komm, hau rein da. Na, bleibst du stehen. Ähm, genau. Hat mir die dann irgendwie mal rausgekramt. Gestern Abend. Und, äh, ja, muss sagen, ist schon ziemlich geil, ne? Macht mir echt Spaß. Die haut ziemlich gut rein. Haben wir denn hier noch ein Ordensmitglied? Ordensmitglied? Mitglied? Ja, der ist Mitglied. Würde ich sagen. Ja, komm mal. Komm mal, mein Kleiner. Eben. Wo willst du hin? Glaubst du hier? Äh, da geht's nicht hoch. Wie sieht's aus? Was brauchen wir noch? Belge brauchen wir noch. Das andere haben wir. Okay. Boah, super, ne? Können wir direkt hier wieder runtergehen und ein paar Bärchen suchen. Beim letzten WoW-Stream war ich schon als Zuschauer dabei. Ja, genau, das stimmt. Und das Zoss sagt. Oh, Level 11. Sehr gut. Wer kommt da angeritten? Noobs ohne Hirn. Der Montag war so lala. Seit 34 auf den Beinen. Konnte nicht mehr schlafen. Zum Glück war Arbeit heute nicht so anstrengend. Ja, das ist ja gut, wenn die Arbeit nicht so anstrengend ist. Wenn Montags immer schon direkt so als der Hammertag losgeht, das ist ziemlich kacke, ne? Ey, wie die mal so mit einem Mal die wegschnetzelt, ne? Ich find das richtig gut. Hab ich was Neues gekriegt? Ne, erst mit 12 wieder, ne? Genau, Gifte. Hab ich noch Gifte bei mir auf den Dings? Ja. Geh mal eben hier rum. Vielleicht find ich da noch ein Bärchen. Ja, wenn Montag so ätzend losgeht, das find ich auch immer furchtbar. Gebt mir ja zumindest ein kleines bisschen Erfahrung, wenn ich die Vampir-Sauger hier noch fertig mache. 64 EP. Und, ähm, habt ihr mal... Uh, das stockt hier gerade. Extrem kleiner Tipp, liebe Rübe. Wenn du es eilig haben solltest, schnapp dir die Account-Sachen. Ja, ich hab nicht eilig. Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Aber, die muss ich erst, ähm... Die muss ich erst kaufen. Stockt ganz schön, sagst du. Dann lass mich mal gleich kurz den, äh, Stream-Delay wieder anmachen. Ich hab nämlich den Stream-Delay aus. Und ich glaube, das wird daran liegen. Was hast du für eine Internetleitung? Also, alle, die eine etwas langsamere Internetleitung haben, werden dann hier so einen Stream-Delay haben. Warte mal, ich mach das mal eben aus. Moment. Ähm... Muss ich mal eben hier in meine Einstellung von Twitch.ly gehen. Kanal und Fideos. Und dann Reduce Stream-Delay. Und Save Charges. So. Jetzt lad noch mal neu, Nico. Das sollte dann eigentlich gleich besser sein. So. 16.000. Ja, das kann sehr gut sein. Mit 16.000 hatte ich auch...